Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Gelb. Wir sind nach wie vor im Lavandier-Turm, aber zuerst werde ich jetzt mal noch meine Pokémon heilen, dass ich das wieder vergesse. Und noch einen Para-Heiler. Sehr schön. Bubu, ja Bubu, wir sind Bubu. Wir sind alle etwas Gaga und Bubu. Nebulak. Ich hasse diese Verwirrtaktiken. Es sei denn, ich wende sie selber an, dann sind sie gut. Und nochmal. Sehr schön. Ha. Wunderbar. Und Level Up. Sehr schön. Irgendetwas hat mich verlassen. Ja, was mag das wohl sein? Als nächstes werden wir hier jetzt mal ebenfalls noch einen Brank einsetzen. Sehr schön. Ja, und dann haben wir hier... Ah, meh, meh. Ich muss zuerst wieder was loswerden. X-Treffer brauche ich nicht. Habe ich den ganzen Pokémon Games noch nie gebraucht. Aber ein Sonderbonbon, das ist was Feines. Wem geben wir das? Wem geben wir das? Hm. Wenn ich wüsste, dass sie auf Level 29 eine Attacke lernt. Aber... Ah, komm. Dann kommt sie näher an die Attacke ran. Okay. Verschwindet Eindringlinge. Geist taucht aus. Das Silfko kann identifizieren. Es ist... Ein Knogger. Oh, direkt verbrannt. Sehr schön. Wobei, bei Knogger kann ich ja eigentlich... Muss ich ja nicht die ganze Zeit bei Glut bleiben. Hält mir grad mal so nebenbei ein. Ist ja kein Geist-Pokémon. Und tschüss. Der Geist war die krasslose Seele von Dragossos Mutter. Ihre Seele hat Frieden gefunden. Sie ist im Jenseits eingekehrt. Sehr schön. Ach ne. Bleib stehen. Jesse und James. Der alte Knacker wollte beschweren. Da mussten wir eben die Leviten lesen. Ah ja. Jetzt mach dich vom Acker oder du bekommst ne Menge Ärger. Ach. Ja. Die Pfeifen. Die sind so unnötig wie ein Crit. wird. Ich sehe ein Mauzi. Eva-Maria wird das händeln. Und nochmal weil es so schön war. Und nochmal. So. Wir trainieren aber relativ ausgeglichen. Von daher kommt als nächstes Nivan ins Rennen. Zuerst mal ne Donnerwelle. Gefolgt von Donnerblitz. Aber es reicht. Perfekt. Smog Mog. Ok. Da hole ich Kopfscheu raus. Der kann den Dreck wegspülen. Nein, ich wollte doch keine... Dieser blöde Controller. Egal. Schön einen Blubstrahl reinknallen. Und nochmal, sehr schön. Sehr schön, Level 30. Dafür wirst du büßen. Na, das glaube ich nicht. Team rockelt so schnell wie das Licht. Ja, und gleich auch schon wieder weg. Mr. Fuji, was? Du kommst, um mich zu retten? Vielen Dank, aber ich bin freiwillig hier. Ich kam her, um die umherirrenden Seelen von Dragossos Mutter zu beruhigen. Gnogas Seele kann nun endlich in Frieden in den ewigen Jagdgründen einkehren. Trotzdem danke ich dir für deine Sorgen um mich. Folge mir in das Pokémon Clubhouse am Fuße des Turms. Wo ist er? Ah, da ist er. Supers, du kannst deinen Pokédex nicht vollenden, wenn du deinen Pokémon nicht genügend Liebe und Respekt entgegenbringst. Dies wird dir bei deinem Abenteuer helfen. Ich erhalte die Pokéflöte. Schlafende Pokémon wachen auf, wenn sie das Spiel der Flöte hören. Du kannst damit alle schlafenden Pokémon wecken. Sehr schön. Ja, dann gehen wir mal zum Pokécenter. Unser nächstes Ziel ist nämlich jetzt Fuchsania City. Hier werden wir, soviel ich weiß, noch überwiegend von Wassertrainern angegriffen. Das heißt, da wäre niemand im Vorteil. Verkehrt, okay. Gibt es hier was zu holen? Meine Pokémon wurden im Pokéturm zur letzten Ruhe gebettet. Ich gebe dir dieses TM. Ich benötige nächsten Schlänger. Okay, was ist das? Sternschauer. Sternschauer. Könnte Eva Maria lernen? Weil Raserei gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Und dann hätte sie zu Geowulf und Glut noch eine Attacke zusätzlich. Ich bin kein Fan von der Attacke Raserei. Cool, mir ist etwas ins Netz gegangen. Ah ja. Da haben wir wohl unseren ersten Trainerkampf. Und wie ich vermutet hatte, Wasser-Pokémon. Dann knallen wir mal einen Donnerblitz rein. Das war ziemlich einfach. So, Eva Maria wird nicht hier kämpfen. Aber Ole könnte ich mal ranlassen. Oh Mist. Komm, wach auf. Mann, so fest kann doch keiner schlafen. Komm schon. Das gibt es doch nicht. Halleluja. Bleiben wir bei Krankenhieb. Noch einmal, bitteschön. Dankeschön. Als nächstes kommt Goldini ins Rennen. Da riskiere ich es mal mit Gamecasmus. Der braucht nämlich auch Training. Eine hübsche Tribulette. Vielleicht bringt das was. Schade. Dann wieder Ole. Aber ich kann Beleber einsetzen. Von mir ein Rennenhieb. Als nächstes ein Mega-Sauger. Ja. Vielleicht reicht's. Ja, es hat gereicht. Sehr schön. Gamecasmus erreicht Level 16. Mist, bloß ein kleiner Fisch. Kleiner Fisch, der dich locker besiegt hat, Freund. Also von daher. Leben wir als erstes mal Ole wieder. Dann geben wir beiden, Gamecasmus und Ole, einen super Drang. Dann sind die auch wieder voll da. Und dann in der Zwischenzeit mal kurz abspeichern. Immer mal wieder wichtig. Und da wäre schon der nächste Gegner. Nur mit der Ruhe. Als Angler muss man geduldig sein. Er setzt Tentara ein. Ich Nivan mit dem Donnerblitz. Ja, mach ruhig deinen Wickel. Ich mach wieder einen Donnerblitz. Das war ein bisschen übertrieben jetzt, aber egal. Und Level 30. Sehr schön. Gefolgt von Goldini. Da setze ich Ole wieder drauf an. Als erstes mal einen Egelsamen. Gefolgt von Goldini. Sehr schön. Jetzt mal ein Megasauger. Ich will schließlich ein bisschen wieder regenerieren hier. Wunderbar. Und Level Up. Level 24. Sehr schön. Der ist mir entwischt. Jetzt werde ich Ole zuerst mal einen Supertrank wieder verpassen. Mann, dieser blöde Controller. Da verhakt sich immer etwas. Ich weiß auch nicht, was das ist. Okay, und damit wären wir aber auch schon am Ende unseres heutigen Let's Plays angelangt. Ich hoffe die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, teilt, like, kommentiert, abonniert. Und dann würde ich sagen, tschüss bis zum nächsten Mal. Ich bin Superslate, euer freundlicher Seilincher Let's Player von Nehmann. Tüdelü.